Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Tusk Koblenz. Herzlich willkommen die Vertreter der Presse. Herzlich willkommen Francisco Cobado und heute als Spieler bei uns der Alessandro Ficarra. Als kleine Information vorweg, das Spiel findet statt. Die Begehung hat stattgefunden, der Platz ist freigegeben. Vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die sie am heutigen Tage aufgrund der Witterung stellt. Das Spiel findet statt. Ja, steigen wir gleich ein. Aktuell, alle waren erschrocken, geschockt. Im Spiel gegen Ulm traf es Yannick Korthy recht hart. Der Spieler wurde nach dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert. Wie ist denn die Situation? Wie geht es Ihnen? Natürlich war das eine kleine Schrecksekunde während des Spiels, wo Yannick den Schlag abbekommen hat und ins Krankenhaus musste. Gott sei Dank wurde festgestellt, dass es eine leichte Gehirnerschütterung war und mit ein paar Tagen Ruhe ist er wieder zurück, ist gestern wieder eingestiegen ins Training und wenn nichts Schlimmes passiert, wird er auch am Samstag wieder einsatzbereit sein. Prima, das freut uns alle zu hören. Daumen hoch bei Yannick Korthy. Ja, sonst die aktuelle personelle Situation? Die Frage kommt ja jede Woche. Alle Mann an Bord? Davon sind wir weit entfernt. Wir haben natürlich ein paar, ja, ein paar Verletzungen vom letzten Spiel mit rausgetragen. Dann haben wir mit Jonathan Kotzke einen, der mit der fünften gelben Karte gesperrt ist für das morgige Spiel gegen Koblenz. Ein paar Verletze wie Luis Consalves, Christoph Schadeberg, die halt noch nicht ins Training eingestiegen sind und wo ich auch nicht mit rechne, dass ich die morgen mit im Kader drin haben werde. Also werden wir ein bisschen improvisieren werden, aber wir werden elf Spieler finden und schlagkräftige Spieler finden, die morgen ins Spiel reingehen werden und alles dafür geben werden, um ein Ergebnis zu bekommen nach 90 Minuten, mit denen wir alle zufrieden sind. Wir werden alles dafür geben und die Mannschaft ist eingestellt darauf. Das Ergebnis in Ulm war nicht das, was wir uns erwünscht haben, aber auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen und mit der Einstellung werden wir versuchen, morgen von der ersten Minute an ins Spiel zu gehen und dann alles abrufen, dass wir nach 90 Minuten auch alles gegeben haben und dann eben hoffentlich auch positiv dieses Spiel wenden. Prima, vielen Dank, Francisco. Dann Fragen an den Alessandro Ficarra. Alessandro, wie war die Trainingswoche für dich und wie schätzt du den Gegner ein? Wie wollte das angehen? Ich glaube, wir haben sehr gut trainiert diese Woche und jeder ist auf das Spiel von morgen und wir müssen einfach so spielen, wie wir trainieren, mit Aggressivität, mit der Leidenschaft und morgen ist es ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen und mit der richtigen Aufstellung, mit der Erz, mit der Leidenschaft und weil wir unbedingt die drei Punkte brauchen. Gut, ja, das Hinspiel, da warst du dabei, das ging knapp verloren. Wie ist deine Erinnerung noch an das Spiel und gibt es da jetzt eine Trotzreaktion? Ich glaube, wir haben unglücklich verloren, ich glaube, in der Runde gegen Koblenz. Es ist eine Mannschaft, das für mich spielerisch hat mich nicht überzeugt, aber die kämpfen, die sind stabil hinten und die spielen, die haben gespielt mit Konta. Ich glaube, morgen wird es für uns schwer spielen, aber wir müssen mit selbstbewusstem, mit Aggressivität und das Spiel zu gewinnen. Ja, vielen Dank, Alessandro. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Pressevertreter. Wollen wir heute mal am rechten Rand anfangen, von mir aus gesehen? Ja, vielleicht nicht an den Trainer, sondern zu dem Thema, weil das ja hier so immer wieder gerüchteweise vielleicht an Herrn Fischer. Was ist dran an Hassler, Stefan Hassler? Gibt es da eine klare Auskunft, ob da Gespräche geführt werden? Oder dass es im Bereich der Fabel gehört? Ja, also ich kann dazu sagen, dass wir generell unseren Verein natürlich immer auf breite Füße stellen wollen. Das hatten wir auch vor der Saison gesagt, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen. Wir sind, wie gesagt, vor zwei Jahren gestartet in ein Projekt, wo wir gesagt haben, dass wir in fünf Jahren in der Regionalliga sein wollen. Jetzt sind wir in zwei Jahren schon da und dementsprechend wollen wir uns natürlich auch breiter aufstellen mit der sportlichen Kompetenz. Aber Stefan Hassler, also wir werden da keine Namen kommentieren. Wenn es was zu berichten gibt, dann werden wir das machen. Aber einzelne Namen, ja, da werden wir jetzt nichts zu sagen. Und da wird man von uns dann hören, wenn es soweit ist. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Gut, Herr Nordmann? Der Platz ist freigegeben, aber wird ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen tief sein. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Spiel, dass die Platzverhältnisse vielleicht ein bisschen schwieriger sind auf die Ausrichtung, oder ist das vollkommen irrelevant? Das wird man morgen sehen. Also ich höre immer nur, dass man jetzt redet, dass der Platz ein bisschen tiefer ist und schwieriger zu bespielen ist. Aber im Endeffekt müssen beide Mannschaften drauf spielen und jeder muss sein Mittel finden, um bestmöglich über die 90 Minuten zu kommen. Eventuell kommt der Platz den Koblenzern ein bisschen entgegen, weil die doch eine sehr stabile Mannschaft sind, die mehr investieren in die Defensivarbeit und da extrem gut sind und extrem gut verteidigen und viel laufen, viel arbeiten und dann mit den einfachen Mitteln halt nach vorne kommen. Heißt, dass die sehr viele lange Bälle spielen auf ihre Stürmer und dann mit zwei, drei Mann den Ball jagen. Es kommt denen vielleicht ein bisschen entgegen, aber ich glaube, dass wir unsere Mittel finden werden. Wir müssen weiterhin probieren, auch wie im Ulm, unser Fußball zu spielen mit, wie gesagt, immer wieder mehr Zielschreibigkeit vorne. Vorne muss ich meine Duelle gewinnen, gewinnen wollen, diesen Wille ins Spiel setzen und mich durchsetzen, um das so zu machen. Und wenn wir das machen, dann haben wir gute Möglichkeiten. Aber wir müssen gefasst sein auf schnelle Gegenstöße von Koblenz und gewappnet sein, dass wir da nicht in Konter reinlaufen, weil das ist ihr Spiel. Und deswegen glaube ich, dass der Platz eventuell, eventuell sage ich, den Koblenz entgegenkommt, aber das hat keine Aussage, sage ich mal. Gibt es weitere Fragen zum Spiel? Sind das jetzt zwei Spiele, wo man sagt, sollte man beide gewinnen? Gibt es eine klare Zielvorgabe? Vier Punkte oder sagt man einfach, das Bestmögliche? Na, mit Sicherheit sind es zwei Spiele, die wir gewinnen können und gewinnen sollten. Müssen ist immer dahingestellt, weil was muss man heutzutage? Aber wir wollen die gewinnen. Und dementsprechend werden wir auch so auftreten und die Mannschaft ist heiß, die Mannschaft hat Lust auf das Spiel und deswegen glaube ich auch, dass die Mannschaft in den 90 Minuten die richtigen Waffen finden werden, um diese Schlacht zu gewinnen. Denn das wird eine Schlacht und da muss man gegenhalten und da muss man mal auch über die Grenze, sage ich mal, hinausgehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das fordere ich von der Mannschaft ein. Wenn die 110 Prozent geben, dann werden wir das Spiel gewinnen wollen. Weitere Fragen? Die übliche Frage zur Pressekonferenz? Demnächst werde ich mal einen Heiratsantrag stellen. Vielleicht kommt die Frage noch nicht mal. Dennis war bis Montag krankgeschrieben, ist Montag zum ersten Mal eingestiegen, hat locker mittrainiert. Darüber hinaus haben wir Dienstag trainiert, eine Einheit und gestern war Fitness. Ne, vorgestern war Fitness, gestern war Fitness, gestern war normale Trainingseinheit, wo der Dennis auch wieder eingestiegen ist. Heute ist Training. Wir haben viele Verletze, wenn wir schauen, ob wir überhaupt 18 Mann im Kader haben. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Dennis im Kader gehört. Und wenn er dazugehört, ist er einer, der für die Startelf in Frage kommt oder genauso eben als Einwerkelspieler. Gut, wenn keine weiteren Fragen zum Spiel, zum Kader, zur Situation aktuell sind, möchten wir an der Stelle von Vereinsseite die Pressekonferenz auch mal für eine Klarstellung nutzen. Und zwar war heute in der Ausgabe der Gießener Allgemeinen zu lesen, dass unser Abteilungsleiter vor die Mannschaft getreten sei und einen kompletten Umbruch angekündigt hätte. Wir möchten jetzt ganz klar sagen, dass dies so nicht der Fall war, dass diese Aussage schlichtweg falsch ist. Dass wir uns für die Zukunft wünschen, dass wir eine faire und neutrale Berichterstattung erhalten an dieser Stelle. Zum Thema selbst möchten wir sagen, dass wir auf dem Transfermarkt uns umschauen, dass wir gezielt auch Transfers tätigen werden, dass das aber keinen grundlegenden Umbruch im Team zur Folge hat, sondern das haben wir ja auch immer getan. Das haben wir in den unteren Ligen getan. Das macht jeder und es wäre fahrlässig, es nicht zu tun. Man muss sich gezielt verstärken, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ganz klar. So werden wir auch in diesem Winter in der Transferperiode agieren und uns in Spitze und Breite verbessern, wenn es geht. Und ja, wir wünschen uns, wie gesagt, eine faire Berichterstattung, dass man sich da an die Regeln hält, dass man nicht alles aufschnappt, was irgendwo im Raum steht. Das ist von uns ein Statement, eine Klarstellung. Dankeschön. So, dann kommt jetzt der Hinweis noch für die nächste Pressekonferenz. Vor dem Spiel gegen die Kickers aus Offenbach, ein Freitagabendspiel, Flutlicht in Offenbach, bestimmten Highlight. Wir werden eine Pressekonferenz am 8.12. wieder am Donnerstag um 14.30 Uhr hier im Haus machen und alle aktuellen Fragen behandeln. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.